Aus der Schulturnhalle der Grundschule Ronswerk heilt Applaus, denn hier ist das Freitheater Eukitea zu Gast. Und das ist gut so, im wahrsten Sinne. Denn so heißt das aufgeführte Stück, in dem es zwar hauptsächlich um Freundschaft geht, aber auch um das schwierige Thema Mobbing und den Umgang damit. Sozusagen also ein Präventionstheaterstück. Ich finde es gut zum Thema Mobbing, zum Thema Probleme in der Schule, dass die Kinder das spielerisch eigentlich erfahren. Ich glaube, es kommt im Nachhinein so, was in der Geschichte steckt. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema vom sozialen Aspekt her. Unterstützt wird das Theater von Erdgasschwaben. Und das zum mittlerweile 300. Mal. Auch wenn sich das Stück an Grundschüler richtet, Präventionsarbeit ist wichtig, unabhängig vom Alter. Das Thema Mobbing, dem kann man an und für sich nicht früh genug vorbeugen. Und wenn wir feststellen, wie im Berufsleben, im Arbeitsleben das Thema Mobbing an und für sich für Spuren hinterlässt und an und für sich auch unter dem Strich großen Schaden an und für sich verursachen kann, ist es ganz, ganz wichtig, bereits bei den Kindern an und für sich dem Thema vorzubeugen. Und das ist immer der beste Weg, um hinterher an und für sich eine intakte Gesellschaft zu haben. Eine Gesellschaft zu haben, die einfach ein klein wenig besser ist, als das, was wir an und für sich im Moment haben. Spielerische Vorbeugung ist das eine. Letztendlich liegt die Verantwortung aber bei uns Erwachsenen, damit auch die Kleinsten lernen, wie man Streitigkeiten harmonisch löst. Vorbild sein, das sind einzig mögliche, dass wir als Erwachsene Vorbild sind für die Jugend und in den verschiedenen Einrichtungen, Sport, Freizeitgestaltung, die Leute, die hier ehrenamtlich tätig sind, dass die Vorbilder sind und das Vorleben, wie man miteinander umgeht, dass Mobbing keine Chance hat. Mobbingprävention durch Eukitea, unterstützt von Erdgasschwaben. Das ist gut so.